Im brasilianischen Bundesstaat Sao Paulo müssen die Friedhöfe erweitert werden, um die einer Lungenkrankheit Covid-19-Verstorbenen bestatten zu können. Um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, setzt ein privater Anbieter nun auf übereinander angeordnete Gräber und Särge aus Kunststoff. Der Chef des Unternehmens Heber Villa erklärt das Konzept. Der Friedhof ist so sehr sicher, da jede Art von Kontakt der Friedhofsbesucher mit Flüssigkeiten und Gasen von den Leichnamen verhindert wird. Etwa 13.000 neue Gräber sollen auf diese Weise errichtet werden. Im Bundesstaat Sao Paulo hatten sich in den letzten Wochen sehr viele Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Rund 14.000 Menschen sind bislang an der Lungenkrankheit gestorben, schätzen die Behörden.